Verbindungs-Invent? Ah, ja. Okay. Oh, Mann. A fierce showdown is about to begin. Get ready! Fight! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Wonderful! Let's go! Let's go! Let's go! Ja, was ich auch an manchen Kampfspielen hasse, so die alten Kampffspiele ist, dass man das in der Kombo nichts mehr machen kann. Man ist in der Kombo und deswegen finde ich solche klassischen Fighter auch nicht so meins. Vielleicht ist es mit Hut. Weil ich mag es, in Xenoverse zum Beispiel, mich weg teleportieren zu können, während eine Kombo passiert. Das kann man sogar strategisch nutzen. Wenn jemand nämlich in so einem Spiel zu erfahren ist, kann er einen so lange bearbeiten, bis man wirklich fast gar nichts mehr am Leben hat. Deswegen finde ich, solche Fighter eigentlich gar nicht muss. So gut. Klar, welche die es beherrschen, feiern das natürlich total, weil sie einen Gegner vernichten können, ohne überhaupt ihnen eine Chance zu lassen. Aber so ein Standard-Fighter wie ich, für mich ist das wirklich nicht glücklich was. Das ist Hummer auf! Komm immer nicht, Mann! Hm. Nein! Was? Die Reichweite, die Reichweite? Willst du mich verarschen? Das Problem ist, ich darf noch nicht mal meinen Finisher machen, weil er mich tötet. Das Problem ist, ich darf nicht sagen, ich darf nicht sagen, ich darf nicht sagen, ich darf nicht sagen. Das Problem ist, ich darf nicht sagen, ich darf nicht sagen, ich darf nicht sagen, ich darf nicht sagen. Das Problem ist, ich darf nicht sagen, 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 ich darf nicht sagen Nein, nein, nein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Im Ehrlich zu Sein. Das U ist aber ziemlich weit von... Ah ne, doch nicht. Da hat sich wohl jemand vertickt. Um... Ich habe pastor, was ich da gelehrt. So kann ich mit euch verhören. Ich weiß es gar nicht. Aber ich weiß, dass ich nicht mehr trau. Aber ich weiß, dass nicht so. Das sind die König der Welt. So war auch ein Kind angekl. Das war das Englisch. Das war's für alle, dass die Leute darüber du Neil verhältst wirst. Aber das sind die история. Und wie oft muss ich das jetzt noch machen, damit, keine Ahnung. Drei Kämpfe. Drei verdammte Kämpfe muss ich jetzt machen, okay. Das sind zwei Gegner, das sind zwei Gegner, das sind drei Gegner, das sind drei Gegner. Das ist sogar nur ein Gegner. Und den brauche ich ja gar nicht mehr zu machen. Das ist auch nur ein Gegner, das ist auch nicht mehr zu machen. Das ist auch nur ein Gegner, das ist auch nicht mehr zu machen. Das ist auch nicht mehr zu wechseln. Fuck. Geh, geh einfach weg. Das ist auch nicht mehr zu machen. Alter, das ist nicht das, was ich machen will. Das ist auch nicht mehr zu machen. 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 Das war's. Was war das denn für ein... Was ist das? Wie oft willst du das noch machen? Wie hast du die Lasten davon? Wie kam der denn jetzt da raus? Nun sagen wir, ich kann ihn mal wiederbekommen! Hat er mit ihr? Ich bin der 17.5, ich weiß es nicht. Ich bin der 17.5, ich weiß es nicht. Ciao, Gebtjä! Hm, was sage ich? Dannen wir ab. Ich weiß nicht, dass ich das nicht rauskomme. Uh. Sogar richtig gut voll gehealt. Wenn ich jetzt versage, dann weiß ich auch nicht. Dann mach ich was weiter. So, Jason, Frieza. Ja, so Frieza. Oh, dieses Team wird mich so was sonst reißen. Oh, ich hab Frieza besiegt! Ja! Ich hab noch nie ein paar Schaden bekommen. Und spastic, bitte dich. Ja integrate! Ja GEX. Ja. mehr Oh, ich mache es eben so. Und, wir nehmen es bestimmt wieder Bergwürs. Oder geht es mal richtig weiter, storytechnisch, ich weiß es nicht. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh, okay. 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 Das ist jetzt interessant und ich wechsle mal eben kurz den Controller. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay.